Und damit willkommen zu einem kleinen Gewinnspiel auf meinem Kanal mit freundlicher Unterstützung von PDP, den Entwicklern von Omni-Navigation, das Navigationssystem für OMSI 2. Zu gewinnen gibt es Omni-Navigation, das Navigationssystem für OMSI 2. Schön, oder? Ja, was müsst ihr tun, um gewinnen zu können? Ganz einfach, beantwortet mir bitte folgende Frage unten in den Kommentaren. Wann erschien mein erstes OMSI 2-Video? An welchem Datum? Ganz einfach, oder nicht? Denke ich mir doch auch, das könnt ihr schaffen. Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel, ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein und Abonnent meines Kanals. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31.12.2016. Der Gewinner wird am 01.01.2017 per Zufallsgenerator ausgelost und am 02.01.2017 von mir per Privatnachricht benachrichtigt. Beachtet bitte, dass ihr private Nachrichten auch hier auf YouTube empfangen könnt. Sollte ich bis einschließlich 14.01.2017 keine Antwort auf meine Benachrichtigung erhalten, wird der Gewinn erneut für alle verfügbar gemacht und ausgelost. Ich und PDP wünschen euch ganz, ganz viel Glück und drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr der glückliche Gewinner seid. Beachtet bitte nochmal, es gibt eine Lizenz zu gewinnen. Ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein und Abonnent dieses Kanals. Der Rechtsweg ist, wie gesagt, ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal hier unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch an dieser Stelle ein besinnliches Weihnachtsfest, schöne Feiertage für euch, eure Freunde und natürlich eure Familie und einen guten Start ins Jahr 2017. In diesem Sinne, tschüss!